Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren haben am 14.03.2023 gestanden, eine zwölfjährige Mitschülerin mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Die Kriminalstatistik zeigt, die Zahl von Tötungsdelikten mit minderjährigen Tatverdächtigen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Doch anstatt nur die Strafmündigkeit Minderjähriger zu diskutieren, sollten Politik und Medien dringend die tieferen Ursachen erforschen. KlarTV hat bereits in vielen Sendungen auf einen besorgniserregenden Grenzverlust und Wertezerfall in der Gesellschaft hingewiesen. In der heutigen Sendung beleuchten wir drei Aspekte, die als Ursache zunehmender Gewalt unter Kindern von Politik, Gesellschaft und Medien unbedingt diskutiert werden müssen. 1. Liebes- und Beziehungsmangel Der Historiker und Kindheitsforscher Michael Hüther warnte sich bereits 2019 an Eltern, Erzieher, Lehrer und andere verantwortlich in Politik und Gesellschaft und warnte. Noch nie in der gesamten bisherigen Geschichte der Menschheit hatten Kinder so wenig Möglichkeit, in Beziehung zu den ihnen von Natur aus emotional nahestehenden Personen aufzuwachsen. Das ist historisches Faktum, von dem wir nicht einmal ansatzweise vorhersagen können, welche verheerenden Folgen das für Kultur, Natur und Gesellschaft noch weiter mit sich ziehen wird. Vergessen Sie die großen Seuchen der Menschheitsgeschichte wie Pest, Ruhe, Cholera und Co. Die Auswirkungen des mittlerweile und zunehmend weltweit zur gesellschaftlichen normerwachsenen Muttermangels werden noch umfassender und verheerender sein als alle Seuchen der Menschheitsgeschichte bisher. Experten schlagen Alarm, denn Kinder kommen immer früher und länger in staatliche Einrichtungen und verbringen dort fast die ersten 18 Jahre ihres Lebens. Fachleute wie der deutsche Psychiater Michael Winterhoff sprechen von einer besorgniserregenden Zahl Jugendlicher, die nach dieser Zeit weder ausbildungsreif noch berufstauglich sind und sich auf einem emotionalen und sozialen Zustand von Kleinkindern befinden. Es gibt ganze Forschungsinstitutionen, die davon leben und auch ganze politische Abteilungen, die propagieren, nein, ein Kind ist besser aufbewahrt in einer staatlichen Institution als bei Vater und Mutter. Dies alles ist falsch. Es ist eine glatte Lüge. Zweitens, frühe Konfrontation mit Gewalt. Kommt dieser zunehmende Liebes- und Beziehungsmangel vieler Kinder in Kontakt mit unkontrolliertem Konsum von Gewalt entsteht eine gefährliche Mischung. Der freie Journalist, Buchautor und Filmemacher Gerhard Wisniewski spricht bezüglich zunehmender Grenzauflösung auf der 15. Antizensurkonferenz von einer leisen Bombe. Eine unkontrollierte Gewaltzunahme in nahezu allen Medien bestätigt auch der Psychiater Prof. Dr. Manfred Spitzer. Egal ob Kinder Fernsehen oder Computerspiele machen, kämpfen, töten, siegen, viele Kinder lernen von klein auf das Handwerk der Gewalt. Spitzer zitiert das Zentrum der Gesundheit. 2.09.2021. 80% aller im deutschen Fernsehen gezeigten Programme enthalten Gewalt. Eine Studie zu 2500 TV-Attacken hat gezeigt, in nur 4% der Filme werden gewaltfreie Konfliktlösungsmodelle diskutiert, in 50% tut die Gewalt nicht weh und in über 70% aller gezeigten Gewaltakte kommt der Täter ungestraft davon. Wir zeigen den Kindern, es gibt sehr viel Gewalt, es gibt keine Alternative, sie tut nicht weh und der Täter kommt meistens davon. Eine Bankrotterklärung unserer Erziehung. 3. Gewalt als Massenphänomen Die Erziehung der Kinder wird nicht nur seitens traditioneller Medien von Gewalterstellungen beeinflusst. Matthias von Gersdorf, Leiter der Aktion Kinder in Gefahr, veröffentlichte wiederholt Berichte, die auch soziale Medien ins Visier nehmen. Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok oder WhatsApp haben Gewaltverherrlichung zu einem Massenphänomen gemacht und sich in den letzten Jahren seuchenhaft verbreitet. Auch Fälle von Kindern, die von anderen Kindern sexuell missbraucht werden, steigen immer weiter an. Ärzte, Kriminologen und andere Experten schlagen seit Jahren Alarm. Trotzdem unternimmt der deutsche Jugendmedienschutz so gut wie gar nichts, um die Kinder gegen diese Gefahren zu schützen. Die Konfrontation mit Gewalt erfolgt nicht nur, wenn man gezielt danach sucht. Auch ganz unvermittelt erscheinen extreme Gewaltvideos aller Art. Denn Gewaltbeiträge werden oft mit vielgesuchten Hashtags versehen. Eine häufige Konfrontation mit Gewalterstellungen, da sind sich Experten einig, kann bei Kindern und Jugendlichen zur Abstümpfung führen. Das gilt für Computerspiele, ebenso wie für Filme und Fotos. Von Fachleuten werden seit Jahren die Gefahren aufgezeigt, die den Nährboden für derartige Grausamkeiten bilden. Dennoch werden diese von Politik und Medien vehement ignoriert. Dafür lenkt man mit Diskussionen um die Strafmündigkeit Minderjähriger von den wahren Ursachen ab. Gerhard Wisniewski kam bei seinem AZK-Vortrag zu der Schlussfolgerung, dass es kein Zufall sein kann, wie viele Grenzen schon verletzt und abgebaut wurden. Er sieht konkrete Strategien gewisser Globalisten, die gegen die Menschen, ihre Kultur und Zivilisation gerichtet sind. Und dies, um eine Masse zu schaffen, die ohne Nationen oder Herkunft kulturell und politisch entwurzelt und damit ohne gemeinsame menschliche Werte ist. Eine solche unstrukturierte Masse lässt sich einfache Gieren ausbeuten und unterdrücken. Dahinter steht laut Wisniewski Die Agenda der Globalisten herrschen durch Chaos.